Und weiter geht's mit Crysis 3 Multiplayer. Und wir starten einfach mal ein schnelles Spiel. Mal gucken, wie wir diesmal, was wir diesmal so reisen können. Wenn wir es euch sehen, das Spiel müsste eigentlich jeden Moment starten. Gleich stimmen. Angriff, Absturzstelle. Brooklyn Bridge, Angriff. Mal gucken, 4 gegen 4, bis jetzt noch, hoffe ich joint noch jemand. Ich weiß gar nicht, was die maximale Anzahl von Spielern ist, die hier sein können. So. Ich habe auch mal ein Wort Klassen erstellt. Ich habe mal mit jeder Waffe eine erstellt. Aber die spielt ja eh keinen. Ich nehme den mal. Absturzstelle war doch ne, Angriff. Angriff scheint kein beliebter Spielmodus zu sein. 3 gegen 4. Mal gucken, was passiert. Und jetzt bin ich natürlich sehr. Unsere Jungs gehen rein. Terminals verteidigen. Los, los! Ich gebe genug Terminals. Oh, ist hier unten vielleicht bei mir. So. So. Hier oben geht schon die Pauly ab. Oh, das ist ja... Ach, das ist... 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 Den habe ich. An E ist immer noch einer. An E, an E, an E, an E. Ja, 50 Prozent. Angriff. Oh, ich sterbe jetzt wieder. Weihnachten. Lalalalala. Der Feind hat 75 Prozent der Daten gestohlen. Ach, da waren sogar zwei. 90 Prozent der Daten... Ja, aus der Hüfte hat er mich gerollt. 200 Pistole ohne anzielen. Jetzt müssen wir, glaube ich, angreifen. Wer ist da? 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 Jetzt müssen wir die Punkte einnehmen. Jetzt habe ich schon mal gespielt. Mit diesem Modus. Hacken Sie die Terminals und stehlen Sie die Daten. Witten... 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 Der Fall wird aktiviert. Hecken jetzt Terminal. Witten... ja und sie kamen bösen Gegenspieler aber das war gute Teamarbeit von uns wir sind alle zu E gerückt viel besser viel besser wenn alle mit einem Punkt verteidigen 90% wenn man nämlich 100% Runde geladen hat dann ist man die Runde gewonnen ist gut, haben wir geschafft absolut so jetzt hören wir mal das wärs gleich am Anfang mal Trooper der löst Nahkampf da steht jetzt gleich zu Punkt E wollen wir so zu Punkt E E ist glaube ich der Punkt der hier am begehrtesten ist nur noch so 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 wo ist das da Ich will mal versuchen, hier von hinten reinzukommen. Für den Hammer. Jawohl, das habe ich doch geklärt. Habe ich doch genau richtig gemacht, als ich von hinten reingegangen bin. Das war doch mal nice, genauso wie man es sich wünscht. Und alle haben bloß vornhereaus verteidigt. Was darfst du dir? Ich fange jetzt gleich mal zum Vordereingang von E. Nämlich zwar nicht mit einer, aber schau mal, guck mal, ob ich den... Laden Sie die Daten von den Terminals runter. Zwei müssten vielleicht zu den anderen Terminal gehen. Ah, die gehen schon. Okay, da gehe ich doch mit nach E, weil... Da ist bloß einer jetzt bei E. E scheinbar das Beste. Ja, 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 ja. Das ist schön, E-hacken, das ist gut. Schön. Ja, ich bin auf Stufe 8 aufgestimmt. Nice. Das läuft doch schön besser jetzt. Keiner greift bei E an. Das ist gut. Da kann man nochmal... Da kann man schön weiter hacken. Oh, da kommt einer. Ich hab schon eingesehen. Ja, der war nice. Ich muss aber noch die Daten runterladen. Jawohl. Jawohl, das haben wir gut gemacht. Da steht es ja jetzt schon schön 3 zu 1. Nice. Sehr gut. Ja, das sagt's. Sieg. Ende des Spiels. Sie haben das Spiel gewonnen. Runde 4 Ast sind das 4 Runden. Absolut. Das war doch sehr nice, nice. Kann man auch nichts sagen, oder? Ja, den hab ich gut geholt. Schön, dass du hübsch da. Ah, den hab ich schön weggemerzelt von der Seite. So, das war mir echt ne gute Runde. Und wir sehen uns dann in der nächsten. Dieter. Oder seht ihr da? Ich bin Stufe 8. Ich glaub ich Jäger freigeschalten. Als nächstes schalte ich die AK frei. Also diese AK. Diese futuristische AK. So, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder, Jungs. Jungs und Mädels. Bis gleich.